Ein heißer Tanz erwartet uns auch bei den Herren in der allgemeinen Klasse. Going for Gold lautete das Motto am Finaltag der Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf. Und Präsident Ronny Leitgib war natürlich live vor Ort. Finale österreichische Staatsmeisterschaften 2012, Novomatic-Meisterschaften in Oberpullendorf. Herzlich willkommen zum Herrenfinale, zum abschließenden Höhepunkt, meine Damen und Herren. Tennis-Legende Stefan Kubek, diesmal umgesetzt, sozusagen im Frühwinter seiner Karriere mit einem hochsommerlichen Tag, noch einmal mit dem Erreichen dieses Endspiels, Ixbacher österreichischer Meister. Und er hat hier nicht nur sein Stehvermögen und seine Zähnigkeit neuerlich unter Beweis gestellt, sondern auch, dass es sehr gefährlich ist, wenn man Tennis locker nehmen kann. Und dass man gerade daraus auch Matches noch umdrehen kann. Er ist tätig für den TC Gleisdorf in der allgemeinen Klasse bei den Jungsenioren für Kloster Neuburg. Herzlich willkommen bei den ehemaligen 20-Jährigen der Welt, Frau Kubek, der Herr Kubek. Er hat in zwei Sätzen ausgeschaltet, dann Pascal Brunner und zuletzt auch 5.30 im Semifinale. Steht in der Weltrangliste bereits auf Nummer 507 und hat auch schon auf der EPP-Tour zu Hause eine große Nervenprobe bestanden mit dem Sieg in der Wiener Stadthalle über die Tennis-Legende Thomas Kruster. Vor zwei Monaten gab es das erste offizielle Aufeinandertreffen der beiden im Drehgarten. Und zwar natürlich von Kubek und Dominik Dien. Das hat er aus dem Jährigen gewonnen, allerdings mit einer Verletzung. Und nach der Live-Vorstellung von meinem Kollegen Andreas Tourieu steigen wir dann auch direkt in die Partie ein. Von Beginn an drückte der junge Lichtenwörter dem Routinier Stefan Kubek seinen Stempel auf. Kubek, stets zwei bis drei Meter hinter der Grundlinie, war großteils in der Defensive und versuchte dem druckvollen Spiel von Dominik Thiem standzuhalten. Mit platzierten Services und guten Winkelspielen versuchte Stefan Kubek zunächst die Partie offen zu gestalten. Erfrischend auch sein Spielwitz, hier mit einer Stop-Variante. Nach harten drei Satzpartien, die Stefan Kubek in den Knochen hatte, musste er bald einsehen, dass an diesem Tag gegen einen großartig aufspielenden Dominik Thiem nur wenig zu holen war. Die Zuschauer sahen ein relativ einseitiges Finale. Der erste Satz ging mit 6 zu 3 an den Lichtwörter. Jetzt konnte Stefan Kubek nur mehr ein wahres Tennis-Wunder retten. Dominik Thiem hat sich für dieses Jahr noch einiges vorgenommen. Die Zielvorgabe seines Coaches Günter Bresnik unter die Top 200 zu kommen, gestaltet sich im Moment als sehr schwierig. Dass der einstige Top-20-Spieler Stefan Kubek noch einiges drauf hat, beweist dieser Spielzug. Die Fehlerquote bei Stefan Kubek stieg zunehmend, so dass Dominik Thiem viele freie Punkte zu verbuchen hatte. Im zweiten Satz kam Stefan Kubek vermehrt zum, wie es in der Mundhatz so schön heißt, Bälle aufglauben. Schiedsrichterentscheidungen zugunsten des Kärntners waren nur mehr ein Tropfen auf dem heißen Stein. Dominik Thiem hatte das Zepter fest in der Hand. Und diesem Druck war einfach nicht mehr standzuhalten. Dominik Thiem bezwingt schließlich Stefan Kubek mit 6 zu 3 und 6 zu 3 und feierte somit seinen ersten Staatsmeistertitel bei den Herren in der allgemeinen Klasse. Breaktime TV gratuliert dem jungen Lichtenwörter recht herzlich. Ein Lob gilt natürlich auch den Stuhlschiedsrichtern, den Balkinern und ganz besonders dem unterlegenen Stefan Kubek, den man womöglich ein letztes Mal bei den Staatsmeisterschaften gesehen hat.